Unknown Soldier 77 aus unserer Community hat etwas geschafft, was mir persönlich wahrscheinlich niemals möglich gewesen wäre. Und zwar hat er die Location aus dem Teaser-Trailer zu Operation Motherland gefunden. Und zwar die Location, die am Ende des Teaser-Trailers gezeigt wurde, dort wo der Soldat mit der optischen Tarnung durchs Bild gelaufen ist. Ich zeige euch nachher noch ganz genau auf der Karte, wo das ist, aber zuallererst schauen wir uns jetzt mal den genauen Ort an, an dem dieser Teaser aufgenommen wurde. Hier habe ich auch im Vorfeld ein bisschen aufgeräumt, deshalb haben wir hier jetzt schön unsere Ruhe. Und zwar stehen wir hier schon relativ genau an der Position, an der dieser Trailer aufgenommen wurde, dieser Teaser besser gesagt. War ungefähr so, nee, gar nicht. Da hinten ist die Lampe, ja, so ungefähr. Und dann war es Nacht. So, leider habe ich den Generator jetzt schon zerschossen, deshalb ist es hier total dunkel. Aber ich zeige dir einfach meinen Screenshot. Und jetzt ganz langsam das Bild aus dem Teaser-Trailer. Und nochmal alle beide nebeneinander. Das hier ist definitiv die Location, an der dieser Teaser-Trailer aufgenommen wurde. Ist eine etwas seltsame Position, weil ja da dann auch ungefähr hier so dieses, ja, dieses Stoppschild steht. Also diese, diese kleine Barrikade mit dem Stoppschild dran. Ja, hier haben wir im Teaser diese Banner. Da laufen die Soldaten ungefähr. Ja, da hinten ist noch so ein Banner, da steht ein LKW. Und ja, auch Kisten stehen hier noch. Und ja, so ein bisschen gezuppelt. Ich glaube, hier in dem Container sind auch noch ein paar Kisten drin. Auf jeden Fall ist das hier auf jeden Fall die Location. Und ich habe dir versprochen, dir noch zu zeigen, wo das hier genau ist. Und zwar ist das im Gebiet Restricted Area 1, also im Sperrgebiet 1, im Westen, neben dem Mirror Lake, die Fertigungshalle Omega 2. Ich habe jetzt hier nicht groß rumgesucht, ob wir hier irgendwelche Hinweise zu Operation Motherland finden, weil ich nicht glaube, dass da entsprechend schon irgendetwas eingebaut ist. Denn ja, es gab halt schon seit dem Teamkameraden-Update keine, keine Updates mehr. Sodass ich nicht glaube, dass wir hier irgendwelche Infos finden werden. Gut, das wollte ich dir nur schnell mitteilen. Und ja, wenn es weitere Infos zu Operation Motherland gibt, findest du die natürlich auch hier bei mir auf meinem Kanal. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.